Gut, wir nutzen den Moment einmal kurz zum Durchatmen. Hallo, herzlich willkommen auch noch einmal von meiner Seite. Wir haben ja jetzt schon fulminant gestartet und wir beide werden jetzt den Rest des Abends bestreiten und ich freue mich sehr, hier mit Dimitri Kapitelmann auf der Bühne zu sitzen. Und ich habe vorher gefragt, wie wir den Einstieg machen wollen und genau, mein Fazit daraus ist jetzt, dass ich eine ganz kurze Vorstellung machen werde von Dimitri Kapitelmann, weil das meiste tatsächlich auch oder viel von Dimitri Kapitelmann tatsächlich auch in dem Buch selbst steckt. Das heißt, gleich beim Beginn, Dimitri Kapitelmann nimmt uns gleich allesamt mit in das erste Kapitel und da lernen wir auch sehr viel über sein Leben selbst. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich nur einmal die Jetztzeit quasi einführen. Und genau, Dimitri Kapitelmann ist Schriftsteller und Journalist. Er hat an der Universität Leipzig Politikwissenschaft und Soziologie studiert und ist auch an der Journalistenschule gewesen in München. Und ich würde es tatsächlich dabei belassen, außer es gibt noch etwas ganz Wichtiges, was du zur Jetztzeit hinzufügen möchtest und gebe dir sonst direkt das Wort für das erste Kapitel aus eine Formalie in Kiew, was der zweite Roman von Dimitri ist und in diesem Jahr im Hansa Verlag erschienen ist. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle hier sind, trotz der fiesen Inzidenzzahlen. Mir fällt jetzt nichts super Dringendes ein, von daher würde ich mit dem Lesen beginnen. Das erste Kapitel heißt Verfliegende Landsleute Viel zu früh am Abflug geht in Leipzig und allein zwischen den leeren Sitzreihen kommt mir ein Rat meiner Mutter in den Sinn. Ein ukrainischer Rat, eigentlich eher ein Verbot. Ich musste es seit Ewigkeiten nicht mehr bedenken. Es war nicht nötig, hierzulande. In meinem ersten Leben aber, meinem ersten Land, schlenderten wir durch die Straßen Kiews, als mich Mama ruckartig anhielt. Ich war bedenkenlos auf einen Gullideckel getreten. Damals Mama beugte sich herunter, sah mir ernst in die Augen und sprach Zaya, mein Hieschen, in diesem Land darfst du niemals auf Gullideckel treten. Hörst du? Dann fällst du rein und kommst nie wieder zu uns hoch. Man weiß nie, ob sie festgeschraubt sind. Versprich mir, dir das zu merken. Offenbar habe ich mein Versprechen gehalten. Das ist schon mal etwas, das uns unterscheidet. Achtung! Eine Durchsage für Passagiere von Ukraine International Airlines. Flug D-328 nach Kiew verzögert sich um voraussichtlich zwei Stunden. Wir bitten, dies zu entschuldigen und danken für ihr Verständnis. Meine deutschen Landsleute furchteln verständnislos mit den Armen. Meine ukrainischen Landsleute zucken nur ungerührt mit ihren Schultern. Wenig überrascht von der zweistündigen Verspätung unseres zweistündigen Fluges. Ich hatte mich schon gewundert, warum die alle so spät zum Boarding eintrudeln. Dabei taten sie nur, was Ukrainer täglich tun, nicht an die Ukraine glauben. Als einer, der die post-sowjetische Staatssäure mit der Muttermilch aufsog, hätte ich das eigentlich wissen müssen. Mama, warum können Kanonisationsdeckel in Kiew fatale Fallen sein? Weil es die Ukraine ist. Warum kommt die Feuerwehr nicht, um einen wieder rauszuholen? Weil es die Ukraine ist. Wieso ist die Luft radioaktiv, die Chirurgin betrunken, der Notar ebenso, der Briefträger-Analphabet, der Straßenhund auf nur einem Ei kastriert und jede Präsidentin am Ende der Amtszeit steinreich? Weil es die Ukraine ist. Und genau dorthin muss ich nun zurück, um jemanden zu bestechen. Kein Schimmelwehen, ich weiß nur, dass irgendjemand geschmiert gehört. Nur so kann ich deutscher Staatsbürger werden. Legal geht es nicht. Auch nicht nach einem Vierteljahrhundert als hiesiger Landsmann. Vor einer Weile beschloss ich also endlich, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Auf einer von sibirischen Katzen vollgepissten Treppe hockend. In die März-Sonne-Blindselnd, existenzielles Mittelfeld. Etwas verlassen vielleicht. An jenem Tag auf der Treppe eröffnete ich mir selbst, dass es nun soweit sei, Zeit, den offiziellen deutschen Stempel zu holen, den mir die Jahre längst aufgedrückt hatten. Wie kompliziert konnte das schon sein bei meinem Werdegang? 94 im Alter von 8 emigriert, deutsch eingeschult, sozialisiert, studiert, berufstätig, steuerpünktlich, verfassungspatriotisch. Stets meine Einkäufe in weniger als sieben Sekunden verstaunt. So wie es in diesem gefiel, dann braucht es seit jeher. Manchmal vermute ich, dass sogar Frau Kunze, meine Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde, mich insgeheim für einen Deutschen hält. Dass sich in Gestalt von uns beiden einfach zu viele kulturelle und kommunikative Übereinstimmungen gegenüber sitzen, als dass sie behaupten könnte, ich sei nicht imstande, so deutsch zu sein wie sie. Wenn alles gesagt und geschmiert ist, werde ich Frau Kunze mal fragen, ob meine Vermutung stimmt. Früher, früher tönte ich, mein Gesicht niemals unter einem Bundesadler sehen zu wollen und behauptete, es sei wegen der Shoah oder der blutrünstigen Neonazis, die uns durch Leipziger Plappenbausiedlung gejagt haben. Wegen den Zigaretten, die sie lachend an uns ausdrückten, den Kampfhunden, die sie auf uns hetzten, den Pistolen, die sie uns beim Eisessen am Kulquitzer See an den Kopf hielten und wegen den deutschen Polizisten, die nie etwas gegen die deutschen Nazis taten. Aber das war gelogen, ich war einfach zu faul für den Papierkram. Ich vereinbarte also einen Termin bei der Ausländerbehörde und saß Frau Kunze in Raum B106 gegenüber. Im Mohara entspoziert, rief sie im sächsischen Sing-Sang, grüßend und maßregelnd zugleich. Akte auf, Kunze, Nationalität, Sächsisch. Geboren vor etwa 50 Jahren, Grundhaltung in Routine zu glaubhafter Freundlichkeit gereift. Äußere Auffälligkeiten, ein großes Grübchen, eigentlich eher ein senkrechter Grübchenstreifen in der Mitte des Kinds, Bernsteinkettchen. Ich hätte spielend leicht mit einem Moba Freilisch Spiegel sechseln können, einfach um zu sehen, wie die Gütste reagiert. Aber wozu? Unser erstes Aufeinandertreffen dauerte ohnehin nicht lang, Frau Kunze händigte mir alle Formulare aus und bis ich alles beisammen hatte, was verlangt wurde, dauert das eineinhalb Jahre. Auf die zwei Stündchen Warterei am Flughafen kommt es jetzt also auch nicht mehr an, denke ich und zucke mit einer gelassenen restukrainischen Schulter, als seit jetzt mein Vater mich anruft. Das seit der Früh jeden Tag, zuletzt jedoch kaum noch, weil ich meistens nicht rangehe. An jenem sonnig seltsamen Tag auf der Treppe traf ich auch die Entscheidung, nicht mehr mit meinen Eltern zu reden. Vielleicht traf sie auch er mich, unvermittelt und doch überfällig. Moment mal, eineinhalb Jahre, um alle Unterlagen zu besorgen, ist es wirklich dermaßen kompliziert? Sie wundern sich vielleicht, liebe Landsleute, was muss man überhaupt beweisen, um Deutscher zu werden? Und was hat das bitte mit Korruption in Kiew zu tun? Nun, hauptsächlich geht es bei einem Einbürgerungsantrag darum, zu belegen, dass man Geld hat. Armut ist das absolute Ausschlusskriterium. Arbeitsverträge, Steuerbescheide, Mietauskünfte, Versicherungspolizen, das macht den Ausländer nachträglich deutsch. Als jetzt leuchtet ein zweites Mal auf meinem Handy-Display auf. Na schön, vielleicht, weil es sich so bitter anfühlt, allein und zerstritten in die Stadt unserer Vergangenheit aufzubrechen, gehe ich ran. Vater erfährt von meinem bevorstehenden Korruptionskreuzzug und ist aufgebracht. Er sagt, mich schüttelt es vor Sorge, dass du so etwas gerade jetzt an der Backe hast, so ein Galavniak. Außer uns gesprochen, Galavniak ist russisch und meint einen außerordentlich anstrengenden menschengemachten Kopfschmerz. Ja, ja, Fatih Shabati, immer schüttelt es dich vor Sorge, nur in Bewegung, um das Problem in den Griff zu kriegen, setzt sich die Sorge nie. Alles ist so anders geworden. Damals, Mama, in Kiew, war die Liebe selbst. Heute, Mutter, ist ein anderer Mensch. Ich erkenne sie nicht wieder. Es ist auch leichter, auf sie wütend zu sein, weil sie nie süß holzraspelt wie Vater. Also sie ruft doch gar nicht erst an. Jozek, sagt er, Iglein, pass auf und zeig nicht so sehr, dass du aus dem Westen kommst und Geld hast, ja? Sonst folgt dir einer mit dem Ziegelstein und schlägt dir den Kopf ein. Und versprich mir, vorsichtig zu sein mit dem Russisch sprechen. Das mögen sie in der Ukraine gerade überhaupt nicht wegen dem Krieg. Ukrainisch verstehe ich kaum. Wir kamen damals aus dem russischsprachigen Teil. Es klingt wie eine Art slavisches Mandarin für mich. Klang schon beim letzten Mal, als ich drüben war, vor 17 Jahren. Ich sage, okay, nicht reden, arm sein, Kopf nicht mit einem Ziegelstein einschlagen lassen, klingt vernünftig, wir hören uns. Warte, ja? Deine Mutter ist sehr traurig. Gestern hat sie sogar geweint. Ich schweige einen Moment, mehrere Momente. Du weißt, warum ich nicht mit euch rede. Ja, ich weiß, weil sich nichts ändert. Ja. Nö, das schaut doch ganz gut aus, lobte Frau Kunze meine migrantische Money-Mappe. Frau Kunze scheint eine recht unaufgeregte Sachbearbeiterin zu sein. Schwerfällige, hinter einer Brille hockende grüne Augen, verweilt in einer Art Suggestionsstarre, die signalisieren soll, ich mache die Gesetze nicht, ich bewerte die Gesetze nicht, ebenso wenig wie dich persönlich. Kooperierst du, kooperiere ich. In Sachsen, wo immer wieder Einzelfälle von nicht-rechtsextremen Polizisten bekannt werden, ist Frau Kunze tendenziell eine neutrale Freundin als eine neutrale Feindin. Die Loyalitätserklärung zum Grundgesetz war eine Frage von wenigen Minuten. Sind Sie loyal zum Grundgesetz? Ja, gut, Unterschrift. Genauso gewesen übrigens. Wir brauchen jetzt nur noch eine erneuerte Geburtsurkunde und eine Apostille von Ihnen. Erneuerte Geburtsurkunde. Wirklich. Nach 25 Jahren. Und was war das andere? Wussten Sie, liebe Landsleute, dass eine Apostille eine Beglaubigungsform im internationalen Schriftverkehr ist? Oder, um es mit den volksnahen Worten von Frau Kunze auszudrücken, das ist die behördliche Bestätigung einer behördlichen Bestätigung von der Nächsten Hörenbehörde. Und dann sagte sie, die können Sie nur in der Ukraine kriegen. Ich bin geboren worden und konnte das auch belegen. Frau Kunze wusste das, es stand ihr förmlich ins Grübchen geschrieben. Und dennoch verlangte sie diesen völlig überflüssigen Staatsstand. Irgende Dokumente kann ich leider nichts für sie tun. Frau Kunze, ich weiß überhaupt nicht, wo und wie ich diese Apostille in Kiew besorgen soll. Ja, um den Umgang mit den ukrainischen Behörden beneidisch sie auch nicht. Da gibt es immer besonders viele Ungereimtheiten. Und jetzt noch der Komiker bei euch als Präsident. Bei uns. Hier ist mein Bei Uns. Deswegen sitze ich doch in ihrem mit guter deutscher Gesetzlichkeit geölten Büro. In der Ukraine dagegen funktioniert kein Behördengang ohne Bestechung. Aber wie ist man in Kiew korrekt korrupt? Keine Ahnung. Als wir weggingen spielte ich noch mit Ninja Turtles und meine größte Gaunerei bestand darin, die Post aus unserem ohnehin löchrigen Briefkasten zu fischen. Dass es nach einem Vierteljahrhundert als Mitglied der deutschen Gesellschaft so hinterhältig schwer werden würde, amtlich als Mitglied der deutschen Gesellschaft anerkannt zu werden, hätte ich mir nie träumen lassen. Unter uns gesprochen, die Redewendung sich etwas träumen lassen hat etwas sehr deutsch dienstleistungsgewisses. Eine Flugverspätung von zwei Stunden hätte sich Joachim Sauer an jenem Morgen nicht träumen lassen. Das Boarding beginnt. Höchste Zeit, Vater abzuwimmeln. Bringst du uns wenigstens Salo aus Kiew mit? Moment, äh, kleinlaut. Salo ist Würzspeck und der wahre Stolz der Nation. Womöglich das einzige Wahrzeichen, dass die ukrainischen Landsleute niemals verspotten. Ich gebe mein einselbiges Wort. Der Shuttlebus fährt zu irgendeiner entlegenen Startbahn. Es dauert so lange, dass ich noch die Quartalssteuern ans Finanzamt Leipzig überweisen kann. Die deutschen Landsleute werden mürrisch, als hätte jemand gerade 9,8 Sekunden lang seine Einkäufe bezahlt. Die ukrainischen Landsleute fangen an zu scherzen, man habe vielleicht versehentlich eine Busfahrt nach Kiew gebucht. Ich betrachte eine Mutter und ihren Sohn. Sie bestehen erkennbar aus derselben Materie, auch wenn die Evolution den Jungen ein wenig angezickt und ihm eine gröbere Nase verpasst hat. Die Mutter deutet auf etwas offenbar Amüsantes draußen und sie kichern einvernehmlich. Seit meine Mutter und ich zerstritten sind, wirft es mich manchmal aus der Bahn, wenn sie mich aus dem Spiegel ansieht. Ich habe es mit mehr Bart versucht, aber von den Augen ist einfach nicht abzusehen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich fand es gerade sehr schön, als wir uns trafen am Bahnhof, erzählte Dimitri mir als erstes, dass er gerade im Zug die Quartalssteuer gemacht hat. Das ist richtig. Und ich dachte, das ist doch ein Déjà-vu. Ja, viermal im Jahr, ist das nicht lustig? Ja. Du hast auch abgetun Déjà-vu, Genau, aber lustig ist ein ganz gutes Stichwort. Ich finde, auch jetzt nochmal vorgelesen, es ist nochmal stärker hervorgekommen, mir ist ganz besonders aufgefallen, dass du so eine ganz tolle Gratwanderung zwischen komischer Situation und sehr ernsten Momenten hinbekommst, die ich denke, es ging allen so. Ich sehr stark gespürt habe jetzt gerade auch und wollte als erstes einmal einsteigen mit der Frage, also ob du bewusst diesen Kontrast quasi herausarbeitest und was dir leichter fällt, die witzigen Passagen oder die ernsten Momente? Also relativ große Frage tatsächlich. Ich glaube, dass der Humor ganz unbedingt miterzählt gehört, also als Teil der Wahrheit tatsächlich, als Beschreibung der Realität, die natürlich auch, also die Tragik und die Komik, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt, sind ja oft sehr nah beieinander. Und wenn wir jetzt uns zum Beispiel Frau Kunze anschauen, bei der wir jetzt alle fröhlich gelacht haben, ich freue mich da auch jedes Mal, wenn ich das lese, um doch, also so drollig sie mit dem Grübchen und dem Bernstein Kettchen und dem Dialekt daherkommt, sie verkörpert ja eine sehr rigide Politik, nämlich die, also jetzt, ich überspringe jetzt ein paar Sachen, aber im Prinzip dieser Prozess der Einbürgerung ist so kompliziert gemacht, damit so viele Menschen wie möglich aufgeben, also ich konnte jetzt nach Kiew und einen Roman daraus machen und Geld verdienen damit, vielen Dank Stadt Leipzig, aber es gibt Leute, die haben nicht die Zeit, die haben nicht die Ressourcen, die haben nicht die politische Sicherheit irgendwo hinzufliegen für eine Geburtsurkunde und eine Apostille, was ich sagen will, gerade weil sie so drollig daherkommt und die Dialekt so lustig ist, aber die Politik so hart, finde ich, muss das auch so erzählt werden, das gehört für mich zur Darstellung der Wirklichkeit oder zumindest dem, was ich daraus mache im Text. Wenn wir jetzt bei Frau Kunze auch sind, es ist ja ganz spannend, wir beginnen ja mit einem sehr bürokratischen Thema quasi und du hast gerade schon das auch so ein bisschen angedeutet, glaube ich, was da deine Absicht war oder warum gerade dieses Thema der Auftakt deines Buches ist, aber vielleicht kannst du das noch machen. kurz ein bisschen erläutern. Also zu Beginn habe ich mich einfach wahnsinnig aufgeregt darüber, dass ich das machen muss und wollte eher so ein Essay daraus machen, so ein politisches, so ein kurzes. Der Grund, dass das ein Roman geworden ist, sind mehrere Dinge. Zum einen, also es gibt da diese Zerstrittenheit des Erzählers mit den Eltern und in Kiew selbst ploppen einfach sehr, sehr viele Emotionen auf. Also bei mir, ich habe wahnsinnig viel gefühlt und ich habe kurz gesprochen gespürt, dass da ein altes Leben beschrieben werden möchte, da es gerade von Frau Kunst des Gnaden mit dem neuen Leben kollidiert. an dem Punkt dachte ich aber immer noch nicht, dass es ein Buch wird. Die Sache ist, es passieren dann so einige Sachen, richtige Leben und Tod Ereignisse, die das dann zu einem richtigen, da habe ich dann verstanden, okay, das ist wahrscheinlich ein Familienroman dann doch. Achso, ja, ich verstehe, das ist quasi der Teil, wo ich weiterlese. Danke für das Nicken. Musst du gar nicht an diesem Punkt, also ich habe eher genickt zu dem, was du gesagt hast, ich hätte auch noch eine Frage dazwischen, wenn du möchtest, aber du kannst auch an dieser Stelle in die Mitte springen. Frag doch mal. Genau, wir hatten jetzt vorhin einmal das Thema und du hast es tatsächlich jetzt in diesem ersten Kapitel rausgelassen, aber in diesem Jahr sind ja 1700 Jahre jüdisches Leben in Bremen und es ist ganz spannend, weil dein erster Roman hat sich ja viel mit diesem Thema jüdisch sein befasst. Und in diesem Roman wird es nur so peripher gestreift. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, ein Familienroman, wurde auch als Familienroman 2021 ausgezeichnet vom Ravensburger Verlag der Stiftung. Und genau, aber trotzdem taucht es am Anfang ja dieses Thema auf, aber auch diese Ablehnung gegen das Thema des jüdischen Kontingenzflüchtlings, wie du sagst, die die Bezeichnung ist, die von außen irgendwie so aufgedrückt wird auf dich und deine Familie. Und ich glaube aber, dass tatsächlich, also ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang das allererste Mal davon gehört. Und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du trotzdem noch mal ein wenig erläutern kannst von diesem ungeliebten Begriff, was es damit auf sich hat. Okay, also die jüdischen Kontingentflüchtlinge sind der um 1990 herum gestartete Versuch Deutschlands wieder ein jüdisches Leben zu haben, indem man jüdische Menschen aus der gerade zerfallenen Sowjetunion nach Deutschland einlädt. Das ist so ungefähr die Idee dahinter und empirisch ist das auch aufgegangen. Also ich glaube 90 Prozent der in Deutschland lebenden Juden jetzt kommen aus Osteuropa. Meine Familie ist auch Teil davon. Und es ist aber eine Politik, die in vielen Hinsichten mit sehr hohen historischen Tönen begonnen wurde, nämlich dem Eingeständnis der großen historischen Verantwortung und daraus ableitend den Menschen so wenig bürokratische Hindernisse wie möglich in den Weg zu legen. Wie Sie aus dem ersten Kapitel heraushören, ist das nicht unbedingt die politische Gegenwart. Und da gibt es noch viele andere Fragen, Fragen der Altersvorsorge für diese Menschen, der Renten. Also ich will es erstmal dabei überlassen, weil mein Punkt, ich hätte das ja auch in einem ganz anderen Ton schreiben können, anklagend und sagend, wie kann es sein, dass ich als Jude um den deutschen Pass so betteln muss, nachdem doch der Ursprung dieser Politik ist, dass es wieder jüdisches deutsches Leben geben soll. Warum ich das aber nicht wollte, ist, weil das ist nicht der Punkt, den ich mache. Mein Punkt ist, macht überhaupt ein gerechtes Einbürgerungssystem, macht überhaupt eine gerechte Einwanderungspolitik, nicht nur für Juden, sondern für Leute aus Grönland und Zimbabwe und wen auch immer. Und mein Empfinden ist, auch durch das erste Buch bestärkt ist, sobald man explizit mit der jüdischen Perspektive rangeht, bleibt man auch explizit in der jüdischen Diskussion. Und das wollte ich nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass auch schriftstellerisch die Geschichte einfach eine andere ist. Und ich sehe mich in erster Linie als einen Erzähler und nicht als ein Zugehöriger in so einer Identität. Und deswegen habe ich da ganz bewusst darauf verzichtet, weil ich mich nicht einschränken will. Ich finde das auch total spannend und auch schön zu sagen, man geht eben in diesen ganz großen Kontext. Und im Endeffekt sind es ja auch genau diese Themen. Also du sprichst über Migration, die irgendwie nie endet so richtig und schreibst auch, dass irgendwie so ein Fremdheitsgefühl ja trotzdem immer da ist und sagst aber ja auch, dass die Fremdheit, die du hier in Deutschland hast, trotzdem die heimischste Fremdheit ist, die du eben hast. Und genau, was ich ganz spannend fand, das Thema des diesjährigen Festivals ist ja Untergänge, Übergänge und da dachte ich, irgendwie passt das so ziemlich wie die Faust aufs Auge, weil man hat einerseits den Untergang der Sowjetunion und man hat den Krieg, der gerade vor der Tür ist, als du in Kiew bist und gleichzeitig aber auch diesen Übergang von einer Nationalität zu einer anderen, wo auch die Frage gestellt wird, muss das überhaupt sein, uns in diese Nationalitäten einzuteilen und was ich mich aber gefragt habe, ist zu diesem Thema der Fremdheit, das war jetzt ein sehr, sehr langer Aufenthalt in der Ukraine, nach sehr langer Zeit, die du nicht dort warst und hast du das Gefühl, dass sich diese Fremdheit oder dieses Fremdheit Gefühl Deutschland gegenüber oder der Ukraine gegenüber verändert hat durch diesen Aufenthalt? Ich glaube, das würde ich mir aufsparen für nach dem zweiten Leseteil. Gerne. Dann nehmen wir das Übergangethema für den zweiten Leseteil, denn dort passiert auch der Übergang vom ersten Teil, wo es hauptsächlich um das Erwerben der Apostille geht, zu einer ganz anderen, sehr dramatischen Geschichte, die dann wirklich ganz tief in das Thema des Familienromans hineingeht. Bitte schön. Mit einer kleinen Nadel durchsticht die Bürokratin meine ersehnten Dokumente. Ich nehme an, um sie abheftbar zu machen. Aber dafür sind die Löcher doch viel zu klein. Sie holt einen beigefarbenen Knäuel unter dem Tisch hervor, fädelt einen Faden durchs Nadelöhr und führt ihn durch die Löcher. Näht sie etwa? Tatsächlich, sie vernäht meine Geburtsurkunde und meine Apostille. Fast mütterlich mutet das an. Das ist der korrumpierte Staat, der seine Bürger so hemmungslos betrügt? Würde Frau Kunze sich die Zeit nehmen, meine Einkommensnachweise per Bindfaden zu vermehlen? In noch mal zu dem anderen Minister zu rennen? Gott, oh Gott! Neben ihr eine Pensionärin mit zerfurchtem Gesicht und Augen, die weder etwas mit dem Gesicht noch mit dem Raum, in dem sie sich auffällt, zu tun haben wollen. Eine Frau mit kleinen gelben Zehen steht allein vor Kabinett 5, den Scheidungen. Meine vernähte Nation löchern und zerstochen sieht sie in diesem Moment aus. Aber ich halte meine dritte Geburtsurkunden Bestätigung in den Händen, bin sozusagen entbunden, entbunden von der Ukraine, entbunden von der Vergangenheit, jeder Staat hat seine Grenzen. Die kommen schon klar ohne mich. Vor der Behörde sieht alles schon nicht mehr so trostlos aus. Dort heiraten die schönen und künftigen. Ich klatsche, pfeife für das junge Glück, gönnerhaft davonstulziehend, in diesem Augenblick der König von Kiew. Eine Frau im Café sieht mein Sammlerstück und möchte ehrfürchtig erfahren, ist die Schlange zur Behörde denn lang? Die Schlange ist lang, ja, aber ich musste nur kurz was abholen, bin einfach reingegangen. Einfach reingegangen, ist er, krasser Macker. An der Ampel, die nächste Hilfsbedürftige, verzeihen Sie, ich habe Ihre Dokumente bemerkt. Ja, ein langgezogenes, aufforderndes, hübriges Ja. Wissen Sie zufällig, wann Mittagspause in der Behörde ist? Bis 14 Uhr, also jetzt gerade. Danke Ihnen vielmals, aber ich bitte Sie nicht dafür. Wieder ein armes Lamm gerettet. Stand jemals mehr geballtes Herrschaftswissen an einer Ampel in Kiew? Wie ein Goldfisch im Süßwasser gleite ich durch die Gegend. Meine Arbeit hier ist getan. Die Geister der Vergangenheit gebändigt, die Verträge gemacht, die Klinken gesägt, die Kräne geölt, die Kastanien lackiert, die Vögel erzogen. Mein Gott, bald dieser Galavniak wirklich geschafft. Sogar mit heute, Mutter, würde ich zur Feier des Tages wieder reden. Sind doch am Ende nur Katzen. Ob ich schon zum Flughafen soll? In diesem Moment klingelt das Telefon. Vater, könnte eigentlich auch bis heute Abend in Deutschland warten, aber gut. Der König ist willens zu kommunizieren und gestattet sich im Überschwang staatstragende Gefühle sogar ein Späßchen, das wir früher gemeinsam machten. Das Wort Vater mit einem besonders russischen Akzent auszusprechen. Vater, dass es in Deutschland einen Vater-Tag gab, wie wir bald lernten, machte alles nur lustiger. Guten Tag, Vater. Doch der ignoriert die alte Albernheits Avance und sagt mit kraftlos klingender bitter belegter Stimme Dima, wie lange bist du noch in Kiew? Um sechs fliege ich wieder aus der grässlich geliebten Heimat, falls ich vorher nicht noch Präsident werde im Vaterland. Aha, okay, aha, na gut. Wieso denn? Naja, es ist eine komische Sache. Was denn für eine komische Sache? Ich verstehe es selbst nicht, aber ich habe meine Zähne verloren. Keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe. Jetzt muss ich in die Ukraine und mir neue machen lassen. Das ist wirklich eine komische Sache. Falti Shabalti, mit dem ich schon fast ein halbes nicht sprechen wollte, hat seinen Biss verloren, ja. Und immer wenn es an der Zeit war, Zähne zu zeigen, machte er nur ein albernes Gesicht. Doch dass er sein Gebiss nun ganz verlegt hat, das klingt merkwürdig. Ich komme in die Ukraine und lasse mir Zähne machen und dann gehe gleich zu ein paar Untersuchungen. Was sind für Untersuchungen? Naja, dieser Gehirnapparat, TRM und zum Kardiologen. MRT meinst du, aber warum machst du das denn nicht in Deutschland? In der Ukraine ist alles günstiger, hat Vera gesagt, und ich habe keine Krankenversicherung mehr. Was? Wieso das denn nicht? Ich habe ein paar Mal nicht gezahlt. Wie nicht ich sitze manchmal da und weiß gar nicht, was ich machen soll. Weiß nicht, was vor sich geht. Ein paar Briefe habe ich dann auch nicht mehr geöffnet. Vera sagt, ich soll mich zusammen nehmen, aber ich kann nicht. Mit jedem Wort, das Papa sagt, wird die Welt wieder spürbar schwer. Mein Thron schrumpft zu einem Schemel, auf dem ich hocke und den Schlägen des Schicksals ausgeliefert bin. Redet er überhaupt noch von den Zehen? Etwas zu verlieren und sei es eine Zahnprothese ist doch bloß ein materielles Ungeschick, kein metaphysisches Rätsel. Und was haben denn die Untersuchungen mit all dem zu tun? Wann willst du denn nach Kiew kommen, Papa? Gestern um sechs. Gestern um sechs? Was redest du? Morgen um neun wollte ich sagen. Du fliegst schon morgen? Nein, also in ein paar Tagen am sechsten. Papa, du kannst nicht in ein paar Tagen am sechsten fliegen, wenn heute der dreizehnte ist. Bei Mathematiker und Diplom und Genom, dass er plötzlich so hochgradig Zahlen verloren ist, kann unmöglich bloße Zerstreutheit sein. Bang, strecke ich den Hals vom Sticksalschemel in den Raum. Bitte kein Alzheimer, bitte kein Alzheimer. Papa, wenn heute der dreizehnte ist und du in zwei Tagen fliegst, an welchem Datum fliegst du dann? Wie meinst du das? 13 plus zwei meine ich. Das verstehe ich nicht, das versuche ich dir doch zu erklären, ich begreife nicht, was vor sich geht. Eben noch, der König von Kiew, stehe ich vor Furcht versteinert in einer Straße, die ich nicht kenne, in einem Land, wo mir niemand helfen kann. Und meinem Vater auch nicht, sollte ich heute verlassen. Ich mache einen kleinen Sprung. Was passiert ist also, die Papiere bekomme ich für drei Euro und auch ohne große Bestechung. Dann kommt der Vater und muss ins Krankenhaus, denn es wird festgestellt, dass er einen unbehandelten Schlaganfall hatte. Und plötzlich habe ich ganz andere Sorgen in Kiew als so eine blöde Geburtsurkunden Bestätigung und muss im Prinzip wie ein ganz gewöhnlicher Erwachsener Ukrainer zurechtkommen in diesem System. Und dazu zählt auch im Krankenhaus die Ärzte zu bestechen. Also in der Behörde war es nicht nötig, aber im Krankenhaus ist das sehr sehr wichtig. Im Kiewer Stadtkrankenhaus Nummer 8. Und von meiner wichtigsten Bestechung möchte ich jetzt lesen. Dazu muss ich Ihnen noch sagen, dass man im Russischen zur Bestechung nicht einfach Bestechung sagt. Das wäre ein bisschen einfallslos. Man sagt dazu, dass man sich entdankt. Ad Entdanken geht mir mittlerweile flüssig von der Hand. Sogar ein Standardspruch habe ich mir angeeignet. Er ist nicht sonderlich komplex. Ich lasse das mal für alle Fälle hier. Zum ersten Mal praktiziere ich diese Taktik an der Stationsärztin des siebten Stocks Alona Igerewna. Wenn auch mit gemischten Gefühlen und erst im zweiten Anlauf erfolgreich. Dobro ho ranko Alona Igerewna. Guten Morgen Alona Igerewna. Skandieren die Landsleute im Lazarett wie aus einer Kehle, als die Ärztin zur Visite eintritt. Eine recht junge Frau mit roten Haaren und auffällig dünnen Armen. Wie zwei sommersprossige Spritzen stecken diese Ärmchen an Alona Igerewnas Oberkörper. In ihren blauen Augen aber liegt etwas erschlagend Klares, fast Unbestechliches. Einer der entnervten Frauen sagt sie unumwunden, sie dürfe keine Wunder mehr erwarten. Die nächste Station ist das klapprige Krankenbett meines Vaters, der mit einem ausufernden Grinsen grüßt, das nicht in diesen bedrückten Raum passt. Dobro ranko Leonid, sie sind also neu bei uns. Wie fühlen sie sich? Jung und heiß, wie ein Halbgott. Alona Igerewna hält kurz inne und mustert Vater, sieht ein Mitsechziger am Tropf und setzt selbst zügig ein Berufsgrinsen auf. Jung und heiß, ja? Das ist natürlich sehr erotisch, Leonid. Sagen sie, wie viel ist fünf mal fünf. Fünf mal fünf? Ja, fünf mal fünf. Das führt zu genau dem Ergebnis, das die kommunistische Partei in weiser Voraussicht vorgegeben hat. Alona Igerewna, kaum älter als 35, schätze ich sie, muss ein Kind der Perestroika sein. Ganz ohne sowjetische Bausteine, nur die sowjetischen Trümmer fielen in die Zeit ihres Aufwachsens. Auf jeden Fall klingt ihre Stimme so standhaft, als würde sie mit jedem gesprochenen Satz die brüchigen Verhältnisse ringsherum stemmen. Aha, sagt sie, und hat die kommunistische Partei auch vorgegeben, welcher Wochentag heute ist? Natürlich. Also, welcher Wochentag ist heute? Ein guter für die Partei. Papa, hör auf, gestern war Sonntag, denk nach. Halten Sie sich bitte raus, Donnerstag, heute ist Montag, Leonid, und wenn ich morgen komme, haben Sie ausgerechnet, wie viel 5x5 ist, ja? Nach der Visite folge ich Alona Igrevna hastig in den Flur und versuche ihr 2000 ukrainische Entdankungen zu übergeben. Das ist unnötig. Unverwandt blickt sie auf den Schein herab, in wohlwollend erzieherischem Ton hinzufügend, ich gebe auf all meine Patienten acht, aber kommen Sie morgen in mein Büro, wir müssen sowieso reden. Bei ihrem letzten Satz bemerke ich, dass Alona Igrevna oben ein Stück Schneidezahn fehlt. Vielleicht ist sie ja tatsächlich eine, die die eigenen Lücken nicht um jeden Preis auffüllen will. Ja, ein Teil von mir wünschte sich, Alona Igrevna möge unbestechlich sein, eine, an die man glauben kann, in einem unglaubwürdigen Land. Natürlich nimmt sie das Geld nicht im Flur, das ist zu auffällig, sei doch nicht so naiv, die Manöver kritisieren, Soja und Andrea am Abend. Was glaubst du, weshalb sie dich in ihr Büro lädt? Einen Tag später also sitzt ich nachgeimpft gegen Naivität in Alona Igrevnas Büro und entdecke ein hutkrempenbreites Loch im Stillstandsboden unter meinen Füßen, durch das man in die untere Etage sehen kann. Außer uns gesprochen, wenn etwas dringend Reparatur benötigt, aber doch noch irgendwie seine Funktion erfüllt, so wie das Kiewer Stadtkrankenhaus Nummer 8 oder die meisten post-sowjetischen Staaten, da sagt man im Russischen, dass es sich auf dem ehrlichen Wort halte, sinngemäß also getragen vom eigenen Versprechen stark bleibe. Das finde ich sehr poetisch und wahr zugleich, liebe Landsleute. Wahrscheinlich hält sich auch meine Familie gerade am ehrlichen Wort, bleibt getragen vom irgendwann gegebenen Versprechen stark oder nutzt das alles nichts, wenn die Löcher nur groß genug werden. Alona Igrevna sagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihr Vater wieder der Alte wird. Lassen Sie sich von Ihren Sprüchen nicht täuschen, er ist schwer angeschlagen. Wegen der Ä wäre es gut, wenn Sie einen Hirnchirurgen konsultieren, damit wir wissen, wie wir hier am besten weiter behandeln. Alona Igrevna redet zwar dankenswerterweise russisch mit mir, doch das entscheidende Wort, das entschlüpft meinen Kopf wie ein Fisch. Ich kann nicht viel mehr als das am Anfang behalten und schäme mich für meine ukrainische Unfähigkeit so sehr, dass ich nicht nachfrage, sondern nur verständlich nicke, aufstehe und 4000 Grievna vor ihr auf den mit kranken Akten vollgestapelten Tisch liege. Das lasse ich mal für alle Fälle hier. Alona Igrevna akzeptiert die Absicherung, was mich zugleich erleichtert und enttäuscht. Sie bedankt sich mit leerem Blick und ich überbringe Vater die vollzogene Entdankung als Erfolgsmeldung beim Eintreten laut Vater rufend. Doch so russisch ich das R auch Rolle, unsere Zimmergenossen blicken argwöhnisch auf. Im siebten Stock, wo die Luft von Verzweiflung und Inkontinenz getränkt ist, würde doch wohl niemand an Nationalitäten denken. Habe ich nicht recht, liebe Bilanzleute daheim? Dankeschön. Ja, danke dir. Wollen wir dann auf die Frage wieder zurückkommen, die wir am Anfang zurückgestellt haben? Ja, okay. Also es wie so oft, es gibt mehrere Ebenen für diese Frage. Zum einen, einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich mich gegen diese Dualität verwehre, entweder oder zu sein. Und das zieht sich auch an, also es gibt ja dieses Spiel, vielleicht haben das mitgekriegt, unter uns gesprochen, wo ich irgendwas über deutsche Sprache überlege und außer uns gesprochen, wo ich etwas über die russische Sprache erzähle. Aber mein Punkt ist eigentlich, für beides dieselbe Ebene zu schaffen und zu zeigen, es macht dieselben Dinge, es versucht unser Leben zu beschreiben und eine gesellschaftliche Vielfalt, in der es viele Sprachen gibt, macht uns nicht ärmer, die macht uns reicher darin, das zu beschreiben, was wir sind und was wir erleben. Und ich versuche dann auch klarzumachen, dass es für mich zumindest inzwischen eine große und auch emanzipierende Trennung gibt zwischen Zugehörigkeit und Verbundenheit. Zugehörigkeit, so wie ich sie begreife, ist etwas vor allem Singulares und dann auch etwas sehr Strictes und Verbundenheit kann man zu sehr vielen Dingen empfinden. Und nicht, so wie mein Leben verlaufen ist, empfinde ich zu sehr vielen Kulturen und Sprachen und Ländern eine echte Verbundenheit, gehöre aber auch keiner so richtig klar zu. Das ist einerseits nicht so leicht auszuhalten, andererseits stattet das einen mit sehr viel persönlicher Autonomie aus und als für einen Autoren ist es natürlich auch ein gewisser Reichtum, weil man Zugang hat zu eben Sprachen, zu gewissen Orten, zu gewissen kulturellen Verständnissen. Das ist die eine Ebene. Die andere ist, das tatsächlich, also für mich war das schon relativ fast traumatisierend, das zu erleben, dass ich plötzlich da in Kiew ein Leben habe, als wären die 25 Jahre nie gewesen, die ich weg war. Und so schwer das aber war und so unglaublich emotional anstrengend das war, es hat insofern etwas Gutes gehabt, für mich etwas Heilsames, weil so eine Lücke geschlossen wurde, so ein Graben überbrückt zu Kiew. Also das verlorene Kiew in der Vergangenheit, dem steht plötzlich ein ganz wichtiges Kapitel in meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben gegenüber und gerade weil das so heftig war, habe ich meinen Schrecken gegenüber, meinen Kiew-Komplex gegenüber dieser Stadt verloren und habe seitdem große Lust und Sehnsucht nach dieser Stadt. Superschön. Ja, genau, der Kiew-Komplex, der taucht ja auch davor schon öfter auf und hat ja auch viel mit der Beziehung eben mit den Eltern zu tun. Es gibt ja auch Szenen, wo verspottet wird, dass du das Russische nicht perfekt beherrschst und so weiter und so fort und gerade deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass du so ein super verspieltes Deutsch hast. Also ich habe in einigen Rezensionen gelesen, du wurdest auch als Wortakrobat oder bezeichnet oder Wortschöpfungsgeist wurde beschrieben und das ist ja nicht nur so, dass du eben dieses außer uns und unter uns hast, sondern ja auch ganz viele Wörter irgendwie neu kreierst und genau, da hatte ich das Gefühl, du hast auch ganz viel Spaß daran, mit Sprache zu spielen. Voll. Ja? Also Deutsch ist ja auch einfach eine geile Sprache dafür. Das lässt sich ja sehr, sehr weit formen und kleistern. Wissen Sie, diese Ingenieursprachengeschichte, ja, mache ich, also ich liebe die deutsche Sprache eben dafür. es ist ein bisschen wie so eine Person mit sehr, sehr trockenem Humor und ich denke jetzt nur laut, vielleicht funktioniert der Vergleich auch nicht, aber der Humor ist so trocken, dass die Leute manchmal vergessen, dass er da ist. Aber er ist da und er ist zum Scheißen lustig eigentlich. Man muss halt hinhören. Und ansonsten, glaube ich, wären meine Bücher auch völlig unlesbar, wenn ich nicht Witze machen würde darin. Wieso denkst du das? Naja, ich meine, also hier geht es halt um Familie und Bürokratie. Sie alle haben doch genug mit Familie und Bürokratie zu tun. Sie brauchen, sie brauchen meine Probleme nicht, aber, aber was sie brauchen, ist einen, der vielleicht drüber lacht und sagt, naja, naja, tja, naja. Ja, es wird auf jeden Fall sehr schön aufgelöst. Und ich habe noch eine Frage, die mich ganz persönlich interessiert, weil wir auch gleich schon dem Ende der Lesung entgegenblicken. Und zwar taucht ganz oft dieser Selbstvergleich mit einem Goldfisch auf. Immer mal wieder, irgendwann wird der Goldfisch auch zum Kredithai, da geht es auch um dieses Thema der Bestechung. Und ich habe mich gefragt, wie kam dieser Goldfisch da rein? Naja, es hat ja eigentlich, also wenn ich mich richtig erinnere, hat es so eine andere, Ebene, dass der kleine, kleine Dima einen ganz, ganz furchtbaren grammatikalischen Fehler im Russischen macht und dafür ausgelacht wird. Und dann sagt so die Mutter sowas, du bist ja sowieso schon Deutscher, du verstehst uns nicht. Und da ist dann der Erzähler der gammelige Grätenfisch. Und dem gegenüber, in den Erfolgsmomenten in Kiew, ist er dann aber der Goldfisch. So hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Ah, okay. Weil ich dachte auch, es ist ganz spannend, weil so ein Goldfisch, also wenn ich an einen Goldfisch denke, dann ist der ja irgendwie schon sehr begrenzt in dem Raum, in dem er sich irgendwie bewegen kann. Und fand das deswegen ganz spannend, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, der Goldfisch war immer sowas sehr Lebendiges, sowas sehr Bewegliches. Also vielleicht hast du auch ein ganz neues Goldfisch-Universum erfunden. Also die Wahrheit ist, ich koppel meine Romane gerne in den Goldkurs, den aktuellen, einfach, um doch eine jüdische Komponente drin zu haben. Und die andere Wahrheit ist, dass ich tatsächlich mich ertappt habe, dass ich zu oft Goldfisch-Vergleiche mache. Also ich glaube, mit diesem Buch habe ich verbraucht, mein Kontingent. Soll ich noch eine andere Wahrheit erzählen? Gibt es noch geheime Wahrheiten dahinter? Ja. Ja? Ja. Dann leg los. Also umsonst jetzt. Ja, ja. Also hier ist doch schon ein Wein für dich hinterlassen worden. Eine halbe. Ja, das stimmt. Dann eine halbe Wahrheit. Eine ganz schöne Zug, muss ich sagen. Du darfst auch eine Halbwahrheit erzählen. Dann sind wir da auf jeden Fall auf einem... Ich habe eigentlich gar keine Goldfischbarheiten mehr. Es war nur ein Witz. Ich wusste nicht, dass du so nachhaken würdest. Ich dachte, die Gesetze des Showgeschäftes würden nach zwei Nachfragen Ruhe verschaffen. Tja, da hast du dich zu früh in Sicherheit gewiegt. Okay. Ich würde als Abschluss noch einmal kurz dich fragen, weil es ja schon sehr persönlich ist, was du schreibst. Es ist autofiktionales Erzählen. Das heißt, du hast ja ganz viel von dir mit drin, noch ganz viel von deinen Emotionen, noch viel Schmerz und Wut. Und das taucht ja alles darin auf in dem Buch. Und ich habe mich gefragt, wie das für dich ist, das zu schreiben. Also ist es so, hast du das Gefühl, dann trägt die Wut dich so richtig durch Schreiben oder der Schmerz? Oder hast du das Gefühl, es ist wie so eine Aufarbeitung von diesen ganzen Erlebnissen? Also ich erlebe das Schreiben eigentlich als einen sehr, sehr konzentrierten Prozess mit so krassen emotionalen Peaks, wo es so kurz durchbricht und dann fühle ich ganz viel und dann kann ich auch schon mal heulen. Aber der Großteil ist halt einfach, weil das Handwerk so viel verlangt, so viel Konzentration verlangt, sehr, sehr konzentriert. Also ich habe immer wahnsinnig Angst, dass eine Beschreibung nicht gut ist, dass man irgendwas nicht versteht und so weiter. Ich würde sagen, das sind so 80% von der Arbeit und die anderen 20%, da merke ich dann schon so, dass es an das Innerste geht und so. Ich höre dann so meinen Stammknacken tatsächlich. Ich bin halt auch ein relativ emotionaler Autor. Also ich könnte wahrscheinlich nicht einfach mir so ein Thema nehmen, das so ein halbes Jahr recherchieren und dann halt so einen Auftragsroman irgendwie schreiben. Dafür bin ich einfach zu faul. Ehrlich jetzt. Aber gerade bei diesen Figuren, den Eltern, also es gibt einfach für mich nichts, kein Schreiben, das so intensiv ist wie das Schreiben über die eigenen Eltern. Das ist so, das geht ganz, ganz an das Eingemachte. deswegen sind die beiden Bücher bisher auch über sie, weil es einfach die Menschen sind, die Figuren, für die ich das meiste empfinde, wo ich das größte Bedürfnis habe, sie zu beschreiben, sie zu verstehen, sie manchmal auch zu kritisieren in einem liebevollen Licht. Das ist der Stand, wo ich zumindest bisher war. ich glaube, also ein drittes über meine Eltern möchte ich nicht schreiben, aber diese ersten beiden und die haben mich im Nachhinein, würde ich schon sagen, auch emotional vorangebracht. Bevor die Frage kommt, nein, ist das kein Therapiersatz, nur eine Therapie ist die Therapie, aber man durchfühlt ganz viel, man kommt halt an einem anderen Punkt wieder raus, als Autor und als Mensch und das ist ja auch das Spannende daran, dass man nicht weiß, an welchem Punkt man eigentlich rauskommt und Bücher sind relativ frech, die handeln dann von etwas ganz anderem, als man dachte, dass sie handeln würden und das ist eigentlich sehr schön und genau auf dieses Ein- und dann wieder auftauchen, das ist für mich so, das ist wirklich faszinierend in diesem Prozess. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Sie und einen schönen Abend noch. Danke schön.